oh nein was ist denn jetzt los wieder die ganze zeit war das doch top an jetzt aber nehmen es trotzdem so was sollte man immer nehmen die sollten wir immer nehmen denn da können wir rekrutieren was hat er nicht schon in der norwegisch oha oha der hält der zahl null fibonacci ja ja die er hat die fibonacci folge entwickelt in seinem werk lieber abaki also besetzt freie freie abakus also freie mathematik im grunde war das ja praktisch ein italiener und er hat im grunde hier steht so hindu arabik theorien also so aus dem indischen kannte man das schon diese fibonacci folge und das hat er noch mal aufgegriffen und hat hier das ganze in diesem werk da lieber abaki anhand der kaninchen population erklärt ja denn die kaninchen die vermehren sich ja wie sandamea ne sandamea vermehrt sich nicht aber die vermehren sich echt schnell die sind zum beispiel australien oder so das sind ja ein ganz großes problem ja und wie sieht denn das aus nehmen wir es mal nehmen wir mal ein beispiel also wir haben zum beispiel fangen wir mal mit 1 an wir haben 0 und 1 und da müsste man jetzt die zwei zahlen zusammenrechnen und dann kommt die nächste zahl raus beispiel 0 1 ist 1 alles klar jetzt nimmt man die zahl und nimmt die nächste benachbarte zahl und addiert die das ist so die fibonacci folge also 1 und 2 wären dann 3 jetzt haben wir die 3 rausgekommen die vorhergehende zahl ist die 2 die 2 und 3 ergibt wieder die 5 und so hat er das anhand dieser kaninchen mit diesen pärchen wenn die immer praktisch wieder so nachkommen erzeugen dass das dann praktisch so ist dass die kaninchen nie aussterben werden sagen wir es mal so die kaninchen sterben nie aus ja alle kaninchen die leben einfach immer sofort das ist so die fibonacci folge so wie ich sehen also wie ich sie gelernt habe so ich sie noch in erinnerung genau die haben soweit ich das weiß war das auch mussten die oder haben die auch diese fibonacci folge hat auch die griechen die haben die auch gekannt die wurden da auch in einigen werken wurden die beschrieben bin aber nicht mehr sicher ob aristoteles oder jemand anderes kann ich kann ich euch wirklich jetzt nichts mehr sagen jo fibonacci was kann man noch über ihn erzählen ich weiß nichts mehr weiß glaube ich sehr wenig von ihm es ist noch nicht mal das genaue urtsjahr glaube ich bekannt auch nicht die das geburt ach die die sterbe der den sterbetag oder sterben aber interessant schön schön dass solche ereignisse noch haben sie alle mit reingenommen so weiter ja ja schön sie sind wieder trainiert eine kleine kirche haben wir sehr schön wissen wir das auch wir brauchen also kein waffenstillstand herzustellen sondern alles rotgau das geht von automatisch ja das wollte ich nicht ich wollte mal den papst ich denke absolut angesehen hei ja jaja es sollten wirklich mal mit auf kreuz zu gehen so na dann wenn das jetzt hier ende ist ach so wir müssen ja noch diese ach wir müssen ja noch wir haben zwar 13 runden zeit aber wir sind irgendwann auch mal zu ende Können wir eigentlich, wenn wir jetzt hier an die Seite rangehen Nee, können wir nicht Achso, halt Warte, wir brauchen noch den Können wir da Aber wir können Schiffe Charter Hm Dann hätten wir 10.000 Wenn man da wüsste Wenn man nur wüsste Chartern die trotzdem Oh, 1.800 Wie viele Schiffe brauchen wir denn für unseren Mann? Oh, verdammt und zu Ne, wir haben 13 Runden Zeit Da wollen wir erst mal hier unten Klar Schiff machen, ne Gehen wir hier mit rein Ne, oder? 1, 2, 3, 4, doch, passen wir mit rein Hm Da passen wir mit rein Ja, schön ist nett, ne Schön ist das alles nicht Oder können wir in Bremen Schiffe rekruten Doch können wir Die kosten ja noch mehr Die waren ja richtig Da hätten wir die ja Die Oh Gott Ich habe einen dummen Kopf Dann waren ja die doch ein Riesengeschenk Hm Dann waren ja die doch ein Riesengeschenk Und ich habe die aufgelöst Ich dumm Kopf Naja, ich habe die nicht aufgelöst Ich habe die einfach zerstören lassen Da drüben Ich dumm Kopf So, Arhus Ne, mach mal Du weißt doch, was du machen sollst Arhus Da muss unbedingt mal wieder ein Gouverneur rein Dann ist denn der da unten endlich soweit Unser Balk Hm Gut Lübeck, alles klaro Hier in Magdeburg auch Frankfurt sowieso Wien Ich glaube Achso Ne Versuchen wir noch ein bisschen Nahrung Ähm Achso, jetzt brauchen wir gar nicht mehr Jetzt will ich trotzdem nochmal nach Nürnberg schauen Und schauen, wie weit der nur jetzt hier ist Im vierten Jahr Jetzt ist er schon Magister Aha Immerhin Wird Zeit, dass er Als Gouverneur ausgebildet ist, ne? Ja, mein Kaiser Das wäre echt Zeit Vorwärts Hm Kaiser Das wäre so richtig an der Zeit Ja Today's March ends here, Kaiser Ähm Ähm Wir hatten doch noch Ein Oder? Na, der bewegt sich auch allein Ich seh ihn jetzt nicht Ich seh ihn Ja, wir brauchen jetzt Wir brauchen wirklich nicht weiter zu schauen Hat keinen Sinn Können eh nix machen Können eh nix machen hier Was ist denn hier mit unserer Prinzessin? Mein Kaiser Machen wir denn mit dir Meine Gute On my way Am I seeking an agreement? Our husband Happily, mein Kaiser Wir suchen einen Husband Miss I cannot do Wir suchen einen Ehemann für dich At once At once, Kaiser Zum Beispiel einen von Kastilien Dota of the Reich Was sagst du denn dazu? Nur Männer, du repräsenterst 12% Naja Probieren geht den Bestandieren So Das ist gut Was denn das? Portugal haben wir schon You have a proposition for our people? Ne, eigentlich nicht Ich wollte nur noch mal Until next time Ich wollte nur noch mal schauen Ähm, warte mal Jetzt haben wir ja hier zwei Diplomaten Dummerweise rum Ah ja Das ist richtig Das ist richtig Das ist vollkommen richtig Dann kann Du kannst hier rüber Ja, Kaiser Und schaust mal Was es da so noch gibt Und du Gehst Hier Ja, hier rüber Das ist gut Ja, Kaiser Ja Resting hier, Kaiser Gut Ja, also Ihr seht Und schon hat sich wieder das Bild gewandelt Besonders in unseren Finanzen Hat sich dieses Hat sich das Bild enorm gewandelt Also Nächste Runde Naja, es ist auch Weil wir wahrscheinlich wieder im Ne, sind wir ja nicht mehr im Feld So Auf unseren Straßen ist das nur wieder alles in Ordnung Oh, die Minen, ne Die sehen doch schlecht aus Was kann denn das hier Sein? Die Halbrüder, die wir rekrutiert haben Oh, die können doch nicht so viel ausmachen So Wer hat sich denn Verbessert Und mit Sizilien Oh, mit Frankreich Immerhin Haben wir da drüben Vielleicht nicht mehr so viele Probleme Frankreich und Schottland Ach nee Der Kardinal von Schottland ist gestorben Und deswegen ist der von Frankreich aufgestiegen So, jetzt passiert hier erstmal ein bisschen was Jetzt greifen wir nämlich erstmal hier an Mit unserem Heinz hier So, Heinz Du Greifst Jetzt bitte schön Dänemark They are doomed now, Kaiser We close for battle We have crushed them, Kaiser We have begun the siege They are doomed Say the word And we take the falls God's servant In God's name Today's journey ends here, Kaiser Schön So weit, so gut, ne? So weit, so gut Dann Oh, jetzt ist Bremen Jetzt ist Bremen wieder im Plus Merkwürdig, oder? So, Arhus haben wir zwar gesagt Ne, warte mal Ich nehm mal die Ne, halt Ich nehm mal nur den Und du den hier rüber Ja, Kaiser Weil Dann kostet der uns schon mal nix, ne? Und ich nehm mal Oder ist Kaiser Ich weiß, es könnte Wir nehmen noch einen Den hier Und dann den auch hier rüber Gut So weit, so gut, ne? Die kosten uns ja erstmal nix Dann Dann, 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 dann Lübeck Lübeck Happiness Oder Gesundheit Wahrscheinlich wäre Gesundheit nicht schlecht, ne? Obwohl es eigentlich ganz gut aussieht Ne, ich nehm Ich nehm noch ein bisschen Felder So, Hamburg Ist in Ordnung Magdeburg auch Bremen baut sein Castle In Frankfurt Synagoge 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 Hm Was bringt dann überhaupt das noch? Happiness Hm Hab Oh, hab Oh, yeah, yeah Dann Happiness, bitte Und schon haben wir alles ausgegeben Supi Kaiser Wartet mal, jetzt können wir eigentlich gleich Oder wir gehen nach Hm Oder wir gehen nach Magdeburg auch Ja Today's journey is over Was wahrscheinlich besser ist Ja, well So Ja, mein Kaiser Ja, well Wartet mal Ihr könnt Dann geht ihr mal rein nach Magdeburg March Und Kaiser Oder ist Kaiser Sollt mal einen rüber Nee Ich bin mal mutig Und ihr geht hier rüber Und könnten uns dann Wenn der das hier Wenn der hier das Castle Dann könnten wir uns hier stationieren So Vielleicht Eventuell Weil wir müssen ja trotzdem erstmal Ich weiß noch nicht, was das hier ist Da müssen wir noch hin 10.000 sind 10.000 Florins, ne Haben und nicht haben Sind schon fast 20.000 Ähm Ja, war's noch was? Kaiser War in Ordnung Da drüben Habe ich da jetzt Alles gerückt? Mein Kaiser Nee, nicht wirklich Happily, mein Kaiser So Dopping hier, mein Kaiser Ja, du sollst Dich hier mit Am I seeking an agreement Or a husband What is this noble man's name? Husband, bitte At your service Keine Ahnung Muss man schauen Vermundo Das ist doch Schöne Name, ne Meine Gute Äh, was ist jetzt hier überhaupt? Porto Nee, Portugal Das ist gut Kastilien Ist there something I can do for you, nobody? Handelsrechte Das appears acceptable enough to agree This concludes our meeting, yes? Ja, Kaiser Immer noch Kastilien, Leon At once, Kaiser No further today Wir müssen Wir können eigentlich Einen Diplomaten Können wir dann Entbehren Aber wir brauchen eigentlich Keinen Das ist gut So wirklich Brauchen wir keinen At once, Kaiser Einen können wir noch Da können wir noch Ein bisschen hier hinten Entlang Also Wir sind ja hier außen rum Können wir vielleicht Noch ein bisschen hier so Wenn wir unten Auf die Minimap schaut Hm Das ist gut Wahrscheinlich wird der I Wollt sterben Der ist ja schon 56 Der wird eh nicht mehr lange leben Schätze ich mal So Das war Im Grunde alles Ne? Ja, Holy Kaiser Wir haben nichts mehr Wir können nur noch auch Runde beenden Das war nak